Ja, ich habe heute ein kremiertes Lied mitgebracht von Onkels, wieder mal einen Tag verschenkt und das ist ein Cover von jemandem, den ich mal kannte. Bitteschön. Oh, ein neuer Tag beginnt. Auf der Suche nach dem Sinn, dem Sinn in meinem Leben, doch ich kann ihn nicht finden. War's das schon? Kann das alles sein? Was kommt danach? Wann ist's vorbei? Wer kennt die Antwort auf diese Frage? Die Tage vergehen, nichts passiert, nichts ist geschehen und es rebelliert. In den Falken meines Hirns, in den Ecken meiner Seele, meiner Seele, meiner. Wieder mal einen Tag verschenkt. Wieder mal einen Tag verschenkt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Die Tage vergehen, nichts passiert, nichts ist geschehen und es rebelliert. In den Falken meines Hirns, in den Ecken meiner Seele. Ich hab nächtelang gezächt, mich ins Koma gesoffen, oft gezielt, doch nie getroffen. Ich weiß, wie es ist, der Arsch zu sein. Wieder mal einen Tag verschenkt. Wieder mal einen Tag verschenkt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ja, solltest du so geil Gitarre spielen können oder so weit, denn stell da ein paar Onkels Instrumentale ein. Würde sich bestimmt jeder freuen, darüber zu singen. Ausse.